Seit Dezember 2013 ist Barbara Hendricks Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Bereits Anfang 2014 war Hendricks Umweltbundesamt zu Gast. Vor fast genau einer Woche besuchte sie die Behörde erneut im Rahmen ihrer Sommertour. Es ist eigentlich so Tradition unter Ministerinnen und Ministern, dass man die Sommerzeit nutzt, wenn die parlamentarische Sommerpause ist und man selber dann auch schon ein bisschen Urlaub gemacht hat. Das hatte ich schon, dass man dann Journalistinnen und Journalisten einlädt, wichtige Punkte außerhalb von Berlin eben kennenzulernen. Es ist ja so, dass hier natürlich die regional tätigen Journalisten sich auch dafür interessieren. Sie sind ja auch hierher gekommen, aber insbesondere nehmen wir Journalistinnen und Journalisten aus der Hauptstadt mit, die ja wie wir Politiker auch in der Gefahr sind, sozusagen in dem Bienenkorb der Hauptstadt zu verschwinden. Und wir können alle nur froh sein, wenn wir die Chance haben, da mal auszuschwärmen. Gesagt, getan. Nach einem Besuch des Bauhauses und der Meisterhäuser am Vormittag informierte sich der fast 20-köpfige Trupp über energieeffizientes Bauen im öffentlichen Sektor. Und wo geht das besser als im Mai 2005 eröffneten Neubau? Das Energiekonzept des Gebäudes setzt auf die Nutzung erneuerbarer Energien. So gibt es im Falltag des Eingangsbereiches eine Photovoltaikanlage. Auf dem Flachdach des Forums sind Sonnenkollektoren angebracht. Durch einen der größten Erdwärmetauscher der Welt mit einer Rohrlänge von mehr als 5 Kilometern wird die angesaugte Luft unterirdisch vorkonditioniert, die je nach Jahreszeit die Büroräume kühlt oder zusätzlich erwärmt. Die Delegation um die Bundesministerin zeigte sich nicht nur vom Umweltbundesamt, sondern auch von den vielen Sehenswürdigkeiten von Würdezer Gartenreich bis Bauhaus beeindruckt. In besonders guter Erinnerung bleibt mir natürlich tatsächlich dieser Reichtum der Stadt, wozu wir nun neuerdings auch beitragen seit 10 Jahren mit diesem wunderschönen Gebäude hier, das auch beispielhaft steht und das natürlich auch dafür steht, dass eine Stadt, die UNESCO-Weltkulturerbe in doppelter Hinsicht ist, gleichwohl eine Fortentwicklung hat, eine architektonisch ansprechende, auch unter energetischen Gesichtspunkten und unter Baukulturgesichtspunkten ansprechende Weiterentwicklung. Und das ist das Beste, was einer Stadt mit einer so großen Kultur doch geschehen kann. Die Sommerreise ging bereits am Nachmittag weiter in Richtung Halle, wo der Stadtumbau Ost thematisiert wurde. Zum Abschluss ging es dann nach Leipzig.